Ich musste mir Gedanken machen, weil ich z.B. die Nummern im Polizeihauptwache spiele. Einer der ersten Sätze ist, was haben Sie, eine Bombe vor dem Haus. Ich hatte eine Vorstellung in Pontresina und habe an dieser Stelle gesagt, ich kann die Nummern im Moment nicht spielen. Das Wort Bomben ist jetzt einfach in einem Kontext. Ich spiele dafür den Hardi und habe die Nummern ausgetauscht mit dem Hardi. Bei der zweiten Vorstellung habe ich es eben so gemacht. Gestern war ich in Liechtenstein und hatte das Gefühl, man liest auch immer wieder diese Sätze, wir sollen uns nicht unterkriegen lassen, wir sollen uns trotzdem bleiben. Dann habe ich mir diesen Satz intus genommen und fand, komm Emil, du spielst das. Die Leute können lachen, die Leute haben Freude, wir brauchen das auch. Und wir bleiben bei uns, wegen dem jetzt gleich, ob ich jetzt das Wort Bomben rauslassen muss oder nicht. Wir verstehen es ja, es ist ein Gag, der einfach klassisch ist und den kannst du nicht ändern. Also sollte sich das auf der Grunde auf das Internet sehen. Und dann folgen wir ihn auf den unten. Ich hoffe, ich freue mich um heute auf die Sitzung auf den Boden, bis jetzt auf das Dauer. Also sehen wir in der Zeit, Und dann sind wir uns auf das Dauer. Kostenscheini, Wir müssen uns auf deriste Zeit,